So reagieren Linke, wenn du Dragshows für Kinder ablehnst. Das heißt, jeder, der eine andere Meinung hat, ist entweder rassistisch, nationalistisch, antisemitisch, sexistisch, LGBTQ-feindlich oder menschenverachtend. Also alle, die eine andere Meinung haben, sind eins von diesen Sachen. Was ist das für ein Framing, Bro? Das ist so dieses Versuchen, allen Menschen einzutrichtern, dass sie schlechte Menschen sind, wenn sie das aktuelle Ding nicht supporten. Genauso wie bei Corona. Aufgrund deiner Meinung bist du von einer Vorlesung, in der Teilzeitstripper mit Kindern über sexuelle Identitätsfragen sprechen, ausgeschlossen. So, ich bin feindlich keinem Menschen gegenüber. Selbst wenn ich sage, es gibt nur zwei Geschlechter, heißt es nicht, dass ich Transleute schlechter behandeln würde, wenn ich die auf der Straße sehe. Das sind genauso Menschen für mich wie alle anderen so. Die irgendwo anders abgebogen sind, aber das ist okay. Digga, das ist doch nicht mein Leben, das ist doch deren Leben. Ich kann die doch trotzdem lieben und als Menschen akzeptieren, Digga. Das ist einfach nur Spaltung und negative Energie, die damit geschürt wird, so. Wirkliches Trip-Shows für Kinder, wie es in den USA mittlerweile schon gang und gäbe ist. Guck dir das an, Alter, zwischen Babys und Kinder. Zitiere, Ruheraum für sexuelle Spiele, Kinderschock. Oh, nee, Digga, nee, Mann. Das passiert alles gerade wirklich, das ist kein Film. Das ist kein Film, das ist die Realität. Das ist echt. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Liebe geht raus von mir und der ganzen Love Gang auf Twitch. Und zwar gehen wir jetzt ins nächste Video rein. Und zwar ist es der zweite Teil von Ketzer der Neuzeit. So reagieren Linke, wenn du Dragshows für Kinder ablehnst. Wir haben uns den ersten Teil schon reingezogen. Ich habe den geschnitten, fertig und habe den hochgeladen und YouTube hat das Video gesperrt quasi. Also ich konnte es nicht veröffentlichen. Wir werden es versuchen mit dem zweiten Teil. Checkt auf jeden Fall bei Ketzer der Neuzeit beide Teile ab auf dem YouTube-Kanal, natürlich unten verlinkt. Und jetzt gehen wir rein ins Video und hoffen darauf, dass das auch auf YouTube veröffentlicht werden kann, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Gerne einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar schreiben und diesen Kanal abonnieren. Und wir gehen rein in diesen Peter für heute. In dieser Folge. Wie du heißt? Ketzer der Neuzeit. Ja, du bist Leon Jäger. Seid ihr recht? Haut's? Leon Jäger? Na Mann? Da hat einer mies recherchiert, wenn ich das so sagen darf. Nein, dann dürfte ich mich nicht anfassen lassen. Queer is for all ages. Es gibt nicht nur was wie zu rechts. Es gibt nur links und alles andere. Und alles andere ist für rechts. Willst du mich gerade mit einem Nazi vergleichen? Willst du mich gerade mit einem Nazi vergleichen? Sag mir was. Oh shit, Digga. Es wird wild. Ich mach ein bisschen heiliges Holz an, meine lieben Freunde. Bisschen Palo Santo. Es wird sehr, sehr wild jetzt hier, meine lieben Freunde. Ja, ich hoffe, ihr seid da. Los geht's. Kaffee. Power. Willkommen zurück in der letzten Folge. Erstmal einen heißen Haffee, wa? Da haben wir das Projekt Undercover bei einer Dragshow für Kinder gestartet. Wir haben uns also als LGBTQ-Aktivisten verkleidet und haben probiert, einen Blick in die Drag-Vorlesung für Kinder ab vier Jahren zu werfen. Also der Teil war schon wild, ne? Der erste Teil, das hat mich schon... Bro, das war schon krass. Da musste ich auch ein paar Mal Wooser machen und meditieren danach. Als Tripper Biglit in einer staatlichen Bibliothek mit Vierjährigen über Transsexualität redet. Ja, soweit so nochmal. Aber obwohl wir uns als gültige Tickets identifiziert haben, wurde uns der Eintritt zu dieser, nicht zu vergessen, Steuergeld finanzierten Dragshow für Kinder verwehrt. So hatten wir stattdessen also ein paar Späße in der... Wenn ich das schon höre, Digga, Dragshow für Kinder, das ist einfach... Aber ich sehe das immer mehr auch in den Staaten so, dass immer mehr Homosexuelle und immer mehr auch Transmenschen und so da auch was gegen sagen, so, ne? Dass sie sich hinstellen und sagen, so, ey, was soll das Ganze so? Wir wollen nicht... Wir wollen keine Kinder damit beeinflussen oder Kinder irgendwie zu früh sexualisieren und denen irgendwas eintrichtern oder so, weißt du? Also immer mehr Leute aus der Community selbst realisieren, was da getan wird und dass es nichts Gutes ist und die... Die identifizieren sich auch nicht mit den Dingen, die die Leute teilweise tun. So, das ist halt echt traurig, dass das alles unter einen Kamm geschert wird, so, ne? Und ich glaube, das hat einen negativen Effekt am Ende des Tages auf die ganzen Leute, die vielleicht anders sind oder anders sexual, sexuell sich anders orientieren und diese ganzen Sachen. Ich glaube nicht, dass das positiv ausgeht für diese Menschen, so, weil... Einer will doch, dass man den Kindern schadet, so. Niemand. Bibliothek hier. Wie kann das sein, in der einen Etage so fortschrittlich und liebenswürdig und auf der anderen Seite geht es hier um Männer und Frauen? Ein paar intime Momente mit dieser vermummten Woken-Dame da. Oh, okay. Das war meine Frage. Bei der Polizist vorhin hat mir das gesagt. Was ist denn mit dir? Oh, Digga, die... Boah, Digga, die hat meine Nerven gefickt, Bro. Die hat in der letzten Reaction meine Nerven kaputt gemacht, ja. Knie in die Eier gerade, okay? Was ist denn jetzt in Verstande? Und das nur, weil ich denke, es gibt zwei Geschlechter. Verpisst euch und Maul halten, ja. Das ist die argumentative Grundlage, auf die diese ganze Agenda beruht, zumindest wenn ihr mich fragt. Aber etwas gewählter, dafür aber stramm in dieselbe demokratiefeindliche Richtung hat sich die Stadtbibliothek selbst im Vorfeld geäußert. Ich zitiere. Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische, sexistische, LGBTIQ-Sternchen, feindliche oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, sind von dieser Veranstaltung... Wie die das beschreiben so, weißt du, wie ich meine so? Das heißt, jeder, der eine andere Meinung hat, ist entweder rassistisch, nationalistisch, antisemitisch, sexistisch, LGBTQ-feindlich oder menschenverachtend. Also alle, die eine andere Meinung haben, sind eins von diesen Sachen. Was ist das für ein Framing, Bro? Das ist so dieses Versuchen, allen Menschen einzutrichtern, dass sie schlechte Menschen sind, wenn die das aktuelle Ding nicht supporten. So, genauso wie bei Corona. Das ist einfach nicht okay, Digga. Nur weil ich eine andere Meinung habe, bin ich noch nicht sexistisch oder transphob oder irgend so rassistisch oder so eine Scheiße, weißt du? Nur weil ich sage und denke, dass man Kinder damit in Ruhe lassen sollte und dass Kinder einfach Kinder sein sollten, so lange wie möglich und so weit wie möglich von dieser ganzen sexuellen Geschichte ferngehalten werden sollen, bis sie selber auf die Gedanken kommen, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, bin ich doch nicht irgendwas von diesen Sachen, die da aufgezählt werden sollen. Bro, wer das nicht versteht und sieht, Digga, das ist traurig. Weißt du, wie ich meine, da wird was getan mit uns, was nicht okay ist, Digga. Ist einfach nicht okay. ...geschlossen. Und ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Menschen wie du und ich, welche die Zweigeschlechtlichkeit beim Menschen nicht leugnen können, die bedauern, wie Kinder und Jugendliche manipuliert und missbraucht werden, die gelten als LGBTQ-feindig. Das habe ich mir nicht ausgedacht. So werden wir genannt. Ich wiederhole. Aufgrund deiner Meinung bist du von einer Vorlesung, in der Teilzeitstripper mit Kindern über sexuelle Identitätsfragen sprechen, ausgeschlossen. Das ist einfach nicht okay, was da gemacht ist. Einfach nicht okay. Keiner möchte das, Digga. Wenn du tief in dein Herz reinhörst, so wie die eine Dragqueen selber gesagt hat, du willst nicht, dass irgendwelche Pornostars vor deinen Kindern Bücher vorlesen oder irgendwelche Stripperinnen, die wirklich echte Frauen sind, so. Das möchtest du nicht. Warum solltest du dann Dragleute, die eigentlich auch strippen und was weiß ich nicht tun, und so, Shows machen auf der Reeperbahn und so einen Scheiß vor Kindern vorlesen. Dieses Bild, was ich da sehe, das passt einfach nicht zusammen. Und mein Herz, Gott, alles in mir sagt, dass es nicht okay ist, so. Und die Leute, die das nicht sehen, die wurden einfach nur heftig indoktriniert. Und denen wurde klar gemacht, dass sie schlechte Menschen sind, wenn die das nicht geil finden. Und deswegen machen die das. Aus keinem anderen Grund, meiner Meinung nach. Ja, so geht Demokratie. Ein Praxisbeispiel gefährlich, kein Problem. Darf ich vorstellen? Zwei basierte Jungs, die sich an diesem Tag ihre eigene Meinung bilden wollten und eine Dragqueen, die uns ihr bestes Argument vorzutragen hat. Guck mal, eigentlich sind wir, würde ich sagen, eher beide neutraler. Also, ich finde, das ist alles halt... Guckt euch beide Seiten mal an. Ja, ja. Ich heute nicht, ich gucke mir nur eine Seite an, die... Ich bin nicht von der Identitären... Ich bin nicht von der Identitären Bewegung. Bist du davon? Wir sind im Prinzip, wir sind einfach nur hier, weil wir uns das Ganze mal angucken würden. Wir sind irgendwie in einem Alter... Dass wir uns erst mal eine Meinung bilden wollen. Ja, wichtiger Schritt. Stark, Jungs, stark. Ja, guck dir das an. Hör auf dein Herz, hör auf Gott und entscheide dann, ob was richtig und falsch ist. So sollte das Leben auch sein, finde ich so. Aber das ist doch traurig, dass wenn jetzt die beiden Jungs auf den Entschluss kommen, von sich selbst aus zu sagen, so ey, okay, das Normale ist eigentlich, dass es eine Frau gibt und einen Mann gibt. Das ist so das Normale so. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich irgendwie... anders orientiert haben oder vielleicht auch irgendwelche biologischen, genetischen Sachen haben, dass das nicht so ist, wie es normal ist. Aber das Normale ist erst mal so. Und die sind dann schon feindlich gegenüber diesen Menschen. So, ich bin feindlich keinem Menschen gegenüber. Selbst wenn ich sage, es gibt nur zwei Geschlechter, heißt es nicht, dass ich Transleute schlechter behandeln würde, wenn ich die auf der Straße sehe. Oder Schwule oder Lesben oder so. Das sind genauso Menschen für mich wie alle anderen so. Die irgendwo anders abgebogen sind, aber das ist okay. Das ist doch nicht mein Leben, das ist doch deren Leben. Ich kann die doch trotzdem lieben und als Menschen akzeptieren, Digga. Das ist einfach nur Spaltung und negative Energie, die damit geschürt wird so. Beiden Seiten reden, so ist es. Alles hat was Gutes und alles hat irgendwie auch im Extrem was Schlechtes. Richtig. Dass man sich hier für andere einsetzt, das ist ein guter Wert, finde ich. Aber wenn man dann die Diskussion unterbricht, weil man sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, dann muss ich sagen, hey, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das hat nichts mit Zivilisation zu tun. Das ist dann halt wirklich nur noch alles relativieren. Und ja, es gibt keine Wahrheit mehr. Und deswegen entscheiden wir jetzt etwas Richtiges und Falsches. Und jeder, der es anders sieht, der hat halt verkackt. Das ist so ein bisschen das, was ich erlebe in den Zweierern. Das wird ja mit immer mehr Themen auch so gemacht. Guck mal, wie Leo auf den reagiert. Seht ihr in Leos Augen und in Leos Gesicht, seht ihr da jetzt Hass gerade, wo diese Dragqueen reinkommt? Sieht das so aus, als ob ihr die hasst. Und wenn die Kamera nicht da wäre, als ob er ihr was antun würde. So wie die versuchen, ihn darzustellen. Als irgendeinen rechten Nazi. Weißt du, was ich meine, Digga? Das ist einfach nicht okay. So und, äh, ja Digga, ja gucken wir erstmal weiter. Ich will mich nicht anfassen lassen. Polizei, sexuelle Belästigung, ich weiß nicht. Und genau gegen diese Art der Diffamierung, Verleumdung und gegen diese Art der Sprachverbote sind wir. Deshalb suchten wir das Gespräch zum Beispiel mit dieser Dame, die dankbarerweise trotz Meinungsverschiedenheiten gesprächsbereit war und mir nicht zwischen die Beine treten wollte, wie ein paar Momente davor die Tante mit dem Schild. Aber gut, was ich sagen will, nicht alle auf diesen Woken... So aggressiv, wie diese eine Tante mit dem Schild da auf Leo reagiert hat, ich weiß ganz gut, ich kenne Leo. Ich habe den jetzt ein paar Mal getroffen, ich habe ihn in die Augen geguckt, ich sehe den Kern, ich sehe den Menschen dahinter so. Und ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass er ein guter ist so. Und dass er auch außerhalb der Kamera nicht so aggressiv und so negativ und mit Gewalt jetzt auf Leute reagiert, die eine andere Meinung haben so. Aber das ist einfach so. Das ist meine persönliche Einschätzung. Aber das ist meine persönliche Einschätzung bei vielen Leuten, die kritisch sind. Die sind nicht so aggressiv und so gefährlich, wie Leute das teilweise versuchen darzustellen. Die sind in einen Topf geworfen mit, naja, also mit, was soll ich sagen, mit solchen Leuten. Es wird immer schlimmer hier. Also alleine gehe ich nie wieder auf so eine Demo. Misst euch. Ich möchte mich nicht aufdrängen, aber unterhaltet euch mal besser nicht mehr mit denen. Das sind rechte Transfeinde, die machen hier... Also ich sehe große Umweltprobleme. Moin. Das ist ein rechter Nazi, du solltest nicht mit mir reden. Und dementsprechend ein politischer Diskurs nicht mehr funktioniert. Und dann bekommen wir auch gerne mal eine Fahne ins Gesicht. Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Aber was sollen wir rausziehen? Ja, woher kommt dieser Hass? Woher kommt dieser Hass auf Leute, die vor ein paar Jahren noch als stinknormal wahrgenommen wurden, aber mit derselben Meinung heutzutage als menschenfeindliche Hetzer dargestellt werden? Woher, woher könnte dieser Hass nur kommen? Huch, was macht denn das ZDF jetzt auf einmal hier auf der D... Aha! Wir dürfen ja auch mit dabei sein. Wir sind Team Big Lit. Das ist eine Drag Queen und wir sind aus Berlin. Wir sind schon einiges gewöhnt. Hier in Lundschen ist natürlich noch alles ein bisschen... Wurde das ausgestrahlt, Digga? Sei ehrlich? Oder haben die das Logo oben links selbst hingemacht? Ja, man braucht etwas Zeit. Viel Zeit haben wir nicht mehr, denn die Kinder wachsen. Jetzt gerade und wenn die Kinder nicht jetzt mitbekommen, wie das ist mit den Geschlechtern. Niemand weiß es ja, aber das muss man halt wissen, dass es niemand weiß. Dann, ja, dann wird die Zukunft ziemlich hetero. Ich persönlich... Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, der macht das echt gut, ne? Diese... Also Leo, da kommt ein leichter Verdacht hoch, dass du dich sehr wohl fühlst in dieser Rolle, ja? Sag ich dir so, wie es ist, bro. Also auf Männer und Frauen, also auf beide... Also auf beide... Also auf... Also auf... Okay, das ist jetzt... Ich muss jetzt kurz aufpassen, was ist in dem Fernsehen, was du sagen kannst. Mir geht's... Gar nicht so gut. Ich habe irgendwie so voll den Hitze. Das ist mit der Sonne auch. Das ist auch nicht gut fürs Klima, die Sonne, weil ich glaube, die hat voll den... Ich bin so auf dem Klimawandel. Das ist gar nicht so... Bro, jetzt hast du mich gerade. Also CO2-Schnung. Die Sonne stellt auch keine Rechnung. Wir sprechen, ähm... Die AfD spricht vom pro-sexuellen... Oh, wow. Was... Was würdet ihr dem entgegnen? Also die AfD ist schon mal zu rechts. Das ist eine sehr, sehr rechte Partei. Davon sollte man sich erstmal fernhalten. Es gibt nicht nur was wie zu rechts. Es gibt nur links und alles andere. Und alles andere ist... Ja, aber AfD ist rechtsextrem. Wow, okay. Und da sagst du was. Also nochmal zu der... Ich sag dir ehrlich, Leo, what the fuck, Bro, was hast du gemacht, Digga? Hast du das schon mal privat gemacht, Maijutsa, Digga? ...sexualisierung. Kinder kommen auf die Welt und sind sexuelle Wesen. Ich finde, dass... Kein Erwachsener ankommen und sagen, dass diese Kinder keine Sexualität haben. Im Gegenteil. Queer is for all ages. Ich finde, es kann gar nicht viel genug anfangen. Man sollte den Kindern schon... Ja. Wenn sie auf die Welt kommen mit dem Thema... Richtig. Und vor allem sollten wir Menschen, die attracted to minor persons sind, in Zukunft auch zu Wort kommen lassen. Nicht nur zu Wort kommen lassen. Ich finde, das ist alles nur eine Trage der Einstellung. Ein Kind kann sich auch älter identifizieren. Wir haben viel zu viele Regeln hier in Deutschland. Ein Kind kann sich auch älter identifizieren. Du merkst doch... Wer kennt Matt Walsh? So für alle, die ihn nicht kennen, zieht euch mal ein bisschen Content von Matt Walsh rein. Vor allen Dingen, wenn er anfängt mit Menschen, die sich anders identifizieren oder trans sind oder... Halt sich diese LGBTQ Community zugehörig machen. Der unterhält sich mit denen und der stellt dann Fragen. Und dann merkst du selber nach einer Zeit, wie die selber gar nicht wissen, für was die eigentlich stehen. Da gibt es gar keine richtige... Die können das nicht argumentieren im Endeffekt, weißt du, wenn du die mit den harten Fakten konfrontierst. So. Und ich hoffe, dass dieser Kampf bald aufhört. Und ich hoffe, dass wir aufhören, gegeneinander zu kämpfen und das mit uns machen lassen auch. Dass diese Themen in die Gesellschaft reingestreut werden, wo wir uns immer mehr spalten. Es hat angefangen mit Corona. Dann ging es um Waffenlieferung. Dann ging es um LGBTQ. Dann ging es ums Klima. Es werden immer mehr Themen kommen. Frau und Mann. Und die versuchen... Der einzige Grund, warum die das tun, ist einfach, damit wir gegeneinander kämpfen. Damit wir nicht zusammen... ...so diesen Zusammenhalt aufbauen innerhalb der Gesellschaft und nicht mehr alles mit uns machen lassen. So, weißt du. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wow. Das warst du auch schon dafür, wenn wir mal beim Namen fragen. Ja, mein Name ist Odi. Mit O-D-I. Was ist dein Name? Ich identifiziere mich als Norweger. Was ist dein Name? Das ist der Strich am O. Ich identifiziere mich als Norweger. Ja, okay, ja, ich bin... Bro, der ist keine... Sie, 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 aber meistens am Samstag, Daytime. Girl, wir müssen... Das kann nicht mehr. Bro, Alter, das war... Ich identifiziere mich als Norweger. Die ersten Sachen, die wir hier gemacht haben. Freunde, das war echt nicht okay. So, legendär. Aber ja, klar, das war alles Satire, also überspitzt. Aber jetzt mal im Ernst, wie weit entfernt sind wir 2023 von solchen Absurditäten noch? Bro, nein, nein, mal ganz kurz so. Ich bin mir sicher, dass genau diesen Talk, den du da rausgehauen hast, dass der auch von einer wirklichen Person, die diesem Dings angehört, dass das genau so kommen hätte können. Okay, das mit dem Norweger war ein bisschen... Einer zu viel, aber ich bin überzeugt davon, dass es Leute gibt, die genau diese Meinung vertreten, die du da gerade erzählt hast. Wenn wir das hinnehmen werden, dann wird das bald keine Vorlesung mehr sein, sondern wirkliches Trip-Shows für Kinder, wie es in den USA mittlerweile schon gang und gäbe ist. Guck dir das an, Alter, zwischen Babys und Kindern. ... zwischen Kitas sieht die Entwicklung, wenn ihr mich fragt, auch nicht viel rosiger aus. Ich zitiere, Ruheraum für sexuelle Spiele, Kinderschock... Oh, nee, Digga. Nee, Mann. Das habe ich mitgekriegt. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe. Ich habe irgendeine Diskussion gesehen, wo die darüber geredet haben, dass die so Räume für Doktorspiele machen wollen. Das ist harter Tobak, meine lieben Freunde, aber ich sage euch ganz genau so, wie es ist. Es ist wichtig, sich diese Informationen zu geben, damit wir dagegen arbeiten können. Das passiert alles gerade wirklich. Das ist kein Film. Das ist kein Film. Das ist die Realität. Das ist echt. ... Eltern mit Plänen. Ja, Kindergärtenräume, in denen Erwachsene Kleinkindern erklären, was man so alles gegenseitig mit seinen Geschlechtsteilen machen kann. Ich meine, kommt schon. Ach, aber das war noch nicht alles. Auf die große Empörung folgt nun regelrechter Schock. In der AWO-Kita Freitagsstraße in Hannover, die einen Körpererkundungsraum für Kleinkinder plante... Körpererkundungsraum für Kleinkinder? Ich schwöre, ey, Bro. Also, wie willst du da nicht aggressiv werden, so? Weißt du, wie ich meine? Da musst du echt... Wie willst du da... Wie willst du... Bro, wie... Ich könnte weinen jetzt gerade, wallah. ... in der Vergangenheit ein Erzieher, der jetzt wegen sexuellen Missbrauchs und Kinderporno-Besitz vor Gericht stand. Und nein, ich setze mit meiner Analyse nicht jeden, der gendert, mit Pädophilie gleich. Ich benenne den pinken Elefant im Raum, dass Kinder immer mehr zur Zielscheibe einer wahnhaften politischen Ideologie werden. Und nun machen wir endlich da weiter, wo wir in Folge 1 aufgehört haben. Darf ich vor... Digga, es ist einfach... Man muss dagegen was sagen. Man ist nicht gleich feindlich und sagt, dass alle Leute so sind. Auf keinen Fall. Aber wenn diese Türen aufgemacht werden, dann lässt es natürlich viel mehr Raum für solche Leute, die so eine verquere Sicht auf die Dinge haben und einfach böse sind, Digga, denen lässt man mehr Raum. So, weißt du, die haben mehr Möglichkeiten. Wenn du solche komischen Räume hast, wo Kinder sexuell sich erkunden sollen, im Kindergarten, in der Kita... Hä? ...der Mann mit Kappe, der anfangs gespannt zuhörte und dann lobenswerterweise keine Scheu vor dem Diskurs hatte. Das kommt ja drauf an, wie man ja auch unterwegs ist. Er sieht zum Beispiel sehr stark aus. Nicht, dass es auch starke Frauen gibt. Nein, 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 ganz kurz. Ich bin hier... Also wir machen gerade ein YouTube-Video. Ja, ja, ich weiß. Wie heißt du überhaupt? Bitte? Wie du heißt? Ketzer der Neuzeit. Ja, du bist Leon Jäger. Leonhard. Leonhard. Genau, du kommst aus diesem Querdenker-Bereich zum Beispiel. Unter anderem. Genau, und... Aus diesem Querdenker-Bereich zum Beispiel. Was ist denn dieser Querdenker-Bereich, Digga? Da sind wir auch, oder, Freunde? Genau. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir dürfen ja trotzdem miteinander reden. Nein, 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 aber was er macht... Er bringt so einfach... Ich bin ja immer noch vor dir. Du kannst ja über mich sprechen. Ja, ja, ich erkläre es kurz. Okay. Er frasiert Sätze ganz leicht, damit er sich für Instagram schneiden kann. Du kommst ungeschnitten rein. Ungeschnitten. Ich verspreche jetzt. Aber was er eben macht ist, er nimmt Sachen aus dem Kontext und benutzt so alte... Nein, das möchte ich auch nicht. Das kritisiere ich zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen. Naja, und was... Ja, das stimmt über... Die Öffentlich-Rechtlichen würden niemals Sachen aus dem Kontext schneiden, aber wir YouTuber schon. Ähm, was die Öffentlich-Rechtlichen oft machen, die machen zwei Versionen. Einmal das ungeschnittenes, das kannst du in der Mediathek angucken. Und dann einmal geschnitten für die Beiträge aus Zeitgründen so. Eine ungeschnittene... Aus Zeitgründen. Ne, ist klar, Digga. Ey, Bro, da musst du... Das ist dann... In solchen Situationen merkt man einfach, wie dann Leute einfach nur argumentativ gegeneinander arbeiten, weil die eine andere Ideologie haben. Selbst wenn die... Wenn er ihm Recht geben würde, würde er das niemals sagen, sondern... Ne, ne, die machen meistens zwei Versionen und so. Das Öffentlich-Rechtliche hat noch nie Dinge aus dem Kontext geschnitten oder irgendwelche Propaganda gestreut, damit Menschen sich zum Beispiel impfen lassen, so. Das haben die nie gemacht. Pro-Version des Films in einer Mediathek? Ja. Danke an den Mann mit Kappe für diese Überleitung. Patreon. Auf Patreon bekommt ihr nämlich genau diesen exklusiven Zugriff auf beispielsweise das Rohmaterial. Auch diese... Patreonitin-Man, Alter. Supportet den Brough auf Patreon. Win-win. Danke dafür. Übrigens auch so ein typisches Lügenpresse-Framing von Querdenkern. Aber die Sache ist so... Lügenpresse... Wow, wow, wow. Also ganz ruhig. Lügenpresse-Framing von Querdenkern, Digi. Ich meine, sicher gibt es auch lange Filmversionen bei öffentlich-rechtlichen Videoformaten. Doof nur, dass ich zu Corona-Zeiten selbst Zeuge davon wurde, wie meine Aussagen bewusst umgeschnitten worden sind. Aha. Nicht ungeschnitten, sondern ungeschnitten worden sind, weil sie eben nicht ins Narrativ gepasst haben. Und ja, eine zweite Version... Die laden gar nicht erst Leute ein, die eine andere Meinung haben. Das ist doch auch schon ein Framing. Weißt du, wie ich meine? Also die machen ja schon im Vorhinein alles so, damit das nicht so wirkt, als ob es noch Menschen gibt mit einer anderen Meinung. Pro-Version eine unges... Gibt es viele Beispiele, auch diese Kanzlergespräche und so haben wir uns auch ein Video zu reingezogen. Mit einer Version, ja. Die fehlt bis heute. Darf ich eure Meinung als öffentlich-rechtliches zu meinem Schild einfangen? Abwort! Lasst euch nicht spalten! Was ist denn deine Meinung? Meine Meinung ist, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, in der die Spaltung und die Diskriminierung einer bestimmten kleinen Gruppe so einen Vorlauf genommen hat, dass es schon fast normal geworden ist, andere Menschen zu hassen aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen. Das heißt, ich bin ein Geimpfter und können wir uns die Hand geben, weil ich möchte dieser Spaltung im Land entgegenwirken. Weil meiner Erfahrung nach sind die Menschen, die sich hier am tolerantesten schimpfen, genau das Gegenteil, nämlich die Untolerantesten im Land. Das heißt also, bist du eigentlich eine Art Gegendemonstrant innerhalb der Demonstrierenden? Nein, würde ich mich so erstmal nicht definieren, weil hier sind Menschen, die gegen Spaltung auf der Straße sind, egal ob sie jetzt gegenüber mir stehen, einem Geimpften oder sozusagen unter Menschen mit ihrer Meinung. Denn ich habe heute sehr viele Handschläge bekommen und ich weiß nicht, ob, wenn ich zu einer Gegendemonstration hier hingehen würde, ob ich dann auch so viele Handschläge bekommen würde, wenn hier stehen würde, ich bin ein Ungeimpfter. Okay, Dankeschön. Jawohl, darf ich eure Meinung als Öffentlich-Rechtliches zu diesem Schild wissen? Wir berichten nur da drinnen. Verstehe. Wir haben keine Meinung. Wir haben keine Meinung. Ich wollte das als Spaß gerade sagen, als ehrlich gesagt. Wir berichten nur, wir haben keine Meinung. Die exposieren sich selber teilweise, das ist crazy. Na dann, wünsche ich euch noch viel Erfolg, wa? Ja, ja, Nostalgie-Gefühle. Die guten alten Corona-Zeiten. Aber nicht vergessen, Kritik am Öffentlich-Rechtlichen ist Querdenker-Framing und ist falsch. Übrigens auch so ein typisches Lügenpresse-Framing von Querdenkern. Aber die Sache ist so... Also das darf man nicht denken, sozusagen. Es gibt das richtige Denken und das falsche Denken. Nein, das ist... Ne, okay, das ist ja schon mal gut. Dann können wir uns doch mal die Hand geben. Es gibt nicht das falsche Denken, es gibt verschiedene Meinungen und wir... Der Bruder ist aber ein bisschen creepy, Digga, sag ich dir so, wie es ist. Misseinander reden. Nein, nein, nein. Mit dem T-Shirt, mit dem Hut und so, Digga, aber das... Okay, äh... Der gibt mir komische Vibes, ja? Sorry, ich muss das so sagen, wie ich das denke. Stopp, es gibt, es gibt... Wir reden über Meinungen, aber es gibt auch Fakten. Und die Fakten... So Pumuckl, äh... So Pumuckl-Dings... Kappe, dann so T-Shirt mit so komischen Kindersachen und so. I don't know, bro. Es gibt unendlich Geschlechter. Ähm, hier ist, äh, zum Beispiel so eine Geschichte von Jordan Peterson, ja? Das ist ein cooler Typ. Äh, eben nicht, weil er antisemitische Verschwörungstheorie... Was denn zum Beispiel, was war antisemitistisch? Also der Sprachraum der S... Aber der wird... Der benutzt auch nur die Wörter, die benutzt werden von den Medien, so ne? Antisemitischer Verschwörungsideologe und das ist alles das. Also, wie gesagt, wenn du eine andere Meinung hast, bist du antisemit, bist transphob, sexist, homophob und diese ganzen Sachen, das ist einfach nicht okay. Vorrangig Juden, was hat er gegen Juden gesagt? Er ist ja selbst meiner Meinung nach Christ mittlerweile. Altes Testament. Ja, aber das ist... Du kannst trotzdem Altes Testament gut finden und antisemitische Verschwörungstheorien... Was hat er da gemacht? Äh, der kulturelle Marxismus. Das ist eine Verschwörungstheorie, die bei den Nazis kultureller Bolschewismus heißt. Und da wird die Idee getrieben, dass progressive politische Ideen von jüdischen Eliten gepusht werden. Und das ist eine Verschwörungstheorie, eine antisemitische. Verstehe ich voll. Wie die Nazis benutzt werden. Richtig. Ähm, dann hätte ich eine Frage zur Praxis. Jetzt unabhängig davon, welche Menschen, Menschengruppen, welche... Wer auch immer jetzt diese Meinungen hier unterstützt. Die Praxis ist ja, dass jetzt hier eine progressive politische Agenda, Einzug in die staatliche Münchner Volkshochschule bekommt. Mit dem Ziel, Kinder kulturell zu verändern. Das ist das, was sozusagen der Kulturkampf meint. Und würdest du nicht sagen, dass dieser Kulturkampf in der Tat existiert, weil eben jetzt diese LGBTQ-Agenda in den letzten Jahren immer mehr Aufwand bekommen hat und dementsprechend sich auch Menschen dort gegen geäußert haben. Und deswegen sind wir jetzt in dieser Situation, dass wir miteinander reden sollten. Nein, es geht um was anderes. Es geht darum... Erzähl mal, jetzt bin ich gespannt, Diggi. ...zu gewisse Gruppierungen in der Rechten hast, zum Beispiel auch in den Querdenkern, die wollen, dass Leute aus der LGBTQ-Community keine Menschenrechte haben. Darum geht es. Wer hat das jemals gesagt? Ich habe das noch nie von irgendjemandem gehört, der jetzt unserem Spektrum zugeordnet wird. Ich sehe mich immer noch als Mensch. Ich bin mit jedem cool. Mensch ist Mensch für mich. Ich sehe mich auch nicht zu irgendeiner Seite angehörig. Rechts, links, das, dies, Querdenker, bla bla bla. In diesen Kategorien denke ich gar nicht als Mensch. Das sind eher diese Leute, die diese Kategorien schaffen und dann alle Leute, die eine andere Meinung haben, versuchen in diese Kategorie reinzustecken. Aber ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, dass Schwule oder Lesben nicht wie Menschen behandelt werden sollen und dass sie keine Menschenrechte haben sollen. What the fuck, Bro? Was ist das für ein Scheißgelaber? Wäre jetzt welche, die wir sozusagen abschaffen wollen? Es geht ja zum Beispiel um das Selbstbestimmungsrecht. Das will ja die Ampel durchführen. Und kennst du das transsexuellen Gesetz? Das heißt, wenn du den Wunsch hast zu Transitionen, dann musst du zu ganz vielen Behörden, du musst jeden deine persönlichen Sexualpraktiken, du musst dein ganzes Leben irgendwie nach außen. Aber das ist ja nichts dabei. Ich meine, ihr macht ja CSD-Partys, ihr tragt eure Sexualität an die Außen, an die Öffentlichkeit. Warte, warte, du unterbrichst mich gerade. Also es geht darum. Okay, was hat das aber jetzt mit den grundsätzlichen Menschenrechten zu tun, die jeder von uns hat, von Geburt an, Bro? Ähm, eine Geschlechtsidentität hat nichts mit den Sexualpraktiken zu tun. Das heißt, wenn jemand sagt, er fühlt sich unwohl in seinem Körper, was geht denn dann dich, die Sexualpraktik von der Person an? Aber es geht ja noch weiter, es geht ja noch weiter. Ja. Warte, Satans Gruß. Nein. Das nehme ich jetzt nicht so. Und bei dem transsexuellen Gesetz. Was? Subliminal Messages hier von dem Bruder, ja? Im Körper. Was geht denn dann dich, die Sexualpraktik von der Person an? Aber es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Sorry, Digga, aber ja. Ich habe gesagt, ich habe schon vorher gesagt, der Typ gibt mir komische Vibes. Ja. Das ist nämlich jetzt nicht so. Und bei dem transsexuellen Gesetz geht es halt eben darum, wenn du transitionen willst, dann müssen deine Kinder ein gewisses Alter haben. Das darfst du vorher nicht machen. Deine Meinung. Ist doch auch richtig so, dass Kinder ein gewisses Alter haben müssen, damit sie das durchführen können. Dass das so eine Leute nicht verstehen können, dass Kinder einfach auch noch nicht richtig ihre Identität gefunden haben. Bis zu einem gewissen Alter sehen sich Kinder nicht mehr als ein Ich so. Die haben sich nicht richtig gefunden. Die haben noch nicht dieses so, ich bin jetzt in der Welt und das ist meine Aufgabe und das will ich tun. Und diese ganzen Sachen. Das dauert eine extrem lange Zeit, bis jemand, ein Mensch, wenn er geboren wird, bis er sich wirklich selbst gefunden hat. Weißt du so. Und dann ist doch klar, dass es nicht gut ist, wenn ein Kind zum Beispiel verwirrt ist, weil es jeden Tag in der Kita von Transen vorgelesen bekommt. Und weil überall in den Medien und Nachrichten darüber berichtet wird und in jeder neuen Netflix-Serie und in jedem Film ein Transgender ist oder ein Homosexueller oder irgendwas. Dass der sich dann denkt, okay, was bin ich eigentlich so. Und dann ein bisschen verwirrt ist so. Und hoffentlich, wenn die Familie stabil ist und wenn die Eltern da sind für das Kind, wird es sich irgendwann selbst wieder finden und da sein und dann gehen diese Gedanken auch wieder weg. Weißt du, wie ich meine so. Man sollte doch die Kinder davor beschützen, dass die irgendeinen Eingriff machen oder irgendwas tun, was sie im Nachhinein eventuell bereuen. Und das ist jetzt schon öfter rausgekommen, dass Leute, die eine Transition gemacht haben oder Hormone genommen haben oder was auch immer, das nach einer Zeit bereut haben und lieber gerne wieder zurückkommen würden in das, was sie biologisch eigentlich von Geburt an sind, Digga. Das ist der Instinkt. Das ist in uns drin. Weißt du, wie ich meine, das kriegst du auch nicht mit einer Transition oder mit ein paar Hormonen weg. So, das ist Gott. Wann sollten Kinder diese Transition mit Operation und Hormonwirkern machen dürfen? Nein, nein, nein. Es geht nicht um die Transition. Es geht, wenn ein Mann zum Beispiel entdeckt hat, dass er eine Frau ist und wenn er eine Transition machen will. Wenn ein Mann zum Beispiel entdeckt hat, dass er eine Frau ist. So was. Ich verstehe das zum Beispiel gar nicht. Ich verstehe das nicht, Bro. Wirklich jetzt. Muss sein, er selber an sich, müssen seine Kinder ein gewisses Alter haben. Das heißt, er muss, das ist, was ich meine. Und das ist ja ein Eingriff. Und zum Beispiel in anderen Ländern zum Beispiel ist es so. Ach so, also der Mann darf dann die Transition nicht machen, solange die Kinder nicht ein gewisses Alter haben oder was? Im arabischen Sprachraum würde mich mal interessieren. Da kenne ich mich nicht aus. Er kann sich es bestimmt gar nicht vorstellen. Dann ist es immer noch ein Mann, der denkt, er ist eine Frau. Genau so sehe ich das auch mal jetzt da. Und ich glaube, das Wichtigste, was man bei diesen Menschen tun kann, ist, dass man sie wieder connectet mit sich selbst. So, weißt du, wie ich meine? Weil ich glaube wirklich daran, dass das einfach auch eine Art Identifikationsprobleme sind. Dass es eventuell mit Dingen zusammenhängen kann, die in der Kindheit passiert sind. Und eventuell ist man nicht so zufrieden mit seinem Leben. Und dann sollte man nicht sein Geschlecht verändern, sondern sein Leben und sich selbst. So, dass man zu sich selbst wieder findet, dass man sich selbst so liebt, wie Gott einen geboren hat. Weißt du? Das sollte so das Erste sein, was man tun sollte. Und ja, es gibt so eine kleine Prozentsahl. Es gibt eine kleine Prozentsahl an Menschen, die zum Beispiel mit Geschlechtsteilen von beiden Geschlechtern geboren werden. Das hat dann genetische Hintergründe. Und da ist es wirklich nicht so einfach. Weißt du, wie ich meine? Da muss man schon gucken dann und wie man mit solchen Menschen umgeht. Das verstehe ich auch so. Aber viele von den Leuten, die jetzt heutzutage denken, dass sie sich als irgendwas anderes identifizieren oder was anderes sind. Ich glaube, das ist einfach sehr viel im Kopf bei den Leuten so. Weißt du? Es ist ja komisch, dass auf einmal jetzt so viele Tausende und Millionen Menschen auf einmal doch ein anderes Geschlecht sind. Das ist ja parallel dazu, wie die Agenda auch gepusht wird. Weißt du, wie ich meine? Und das kannst du ja nicht verleugnen so. Weißt du? Wie die arabische Welthek zeigen allein schon die Profilbilder von globalen Firmen während des Pride Months. Die müssen es ja wissen. Und dankbarerweise gibt es aber nicht nur solche heuchlerischen Unternehmen, sondern auch basierte Brands. Wie zum Beispiel Hörner Group, der Sponsor der heutigen Folge. Die hochkarätigen Schreibwaren von Hörner überzeugen auf allen Ebenen. Ob edle Füllhalter, hochwertige Holzkugelschreiber oder stilvolle Tintenroller. Ich bin mir sicher, ihr werdet fündig und spart ein mutiges Unternehmen und ebenfalls unsere Arbeit. Also, nochmal eine Win-Win-Situation. Und da diese Zusammenarbeit nicht jedem gefällt, das zeigt wiederum diese Bewertung von Hörner auf Google. Schade, dass ihr beim rechten Ketzer der Neuzeit Werbung schaltet. Und ich sag mal so, als Kooperationspartner würde ich... ...vor, wie es im arabischen Sprachraum... ...hörner genauso. Und jetzt aber erstmal weiter mit dem Video. Stellen Sie sich das vor, wie es im arabischen Sprachraum zu diesem Thema geht? Hab ich keine Ahnung. Also, informieren Sie sich mal vielleicht. Würden Sie dann sehen, dass dieses Thema hier überrepräsentiert ist und woanders unterrepräsentiert ist. Aber die Frage von gerade eben, wenn du jetzt ein Kind hast, eine Lisa, sieben Jahre alt, die will sich jetzt auf einmal als Cowboy verkleiden und sagt jetzt, hey, ich finde Jungling sein voll cool, ich möchte jetzt Junge sein, ich fühle mich so. Sollte die siebenjährige Lisa dann Hormonblocker mit zwölf bekommen und mit 15 vielleicht die Brüste apportiert bekommen? Oder sollte da das Elternhaus entscheiden, ab wann das möglich ist und nicht der Staat? Also erstens kriegst du ab zwölf gar keine Blocker hier. Ab zwölf, 13, 14. Ich meine, weißt du, wann das genaue Startdatum ist? Weil es geht ja schon um Kinder. Es gab ja diese Empfehlung beispielsweise. Naja, unter diesem transsexuellen Gesetz ja gar nicht. Das wäre ja ganz zu begrüßen, wenn du mich fragst. Aber du würdest sagen, ab wann circa? Ganz kurz, ich finde dein Feld, ein Kind will ein Cowboy werden. Das ist so ein banaler... Das ist das, was jeder von uns mal gemacht hat und geführt hat. Und jetzt sind sie in der Bibliothek... Bro, ich sag dir ehrlich, ich expose mich jetzt selbst hier an der Stelle. Ich habe früher auch mal eine Zeit gehabt, weiß ich nicht, wie lang das war oder so, aber da habe ich so Dings gehabt. Wie hieß es? Polly Pocket, bro. Das war eigentlich für Mädels, Diggi. So, habe ich kurz mitgespielt. Ein paar Wochen oder irgendwas, keine Ahnung. Das war so eine Kette, wo du dann auch ein Bild reinmachen konntest und so. Das war safe für Mädels, so. Aber ich fand das geil, habe ich mir geholt. So, Polly Pocket, Digger. Leon Lovelock hat mit Polly Pocket gespielt, kurz. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich transsexuell bin oder irgendwie eine Frau bin. Weißt du, was ich meine? So, und das passiert auch öfter. Manche Jungs haben auf einmal Lust, mit Barbies zu spielen oder so ein Scheiß. Kurz. Oder manche Mädels haben auch Bock mal, keine Ahnung, Alter, ein Panzerspielzeug zu kaufen oder was auch immer, Digger. Weißt du, wie ich meine? Ist doch normal, Bro. Und werden da drin bestätigt und dann, ja, ich mach das jetzt auch. Und dann gibt es Eltern, ja. Jetzt lachen sie mich aus hier, Alter. Polly Pocket drin, Alter. Gib mir die Polly Pocket-Vibes, Bro. Du bist gar kein Junge, du bist ein Mädchen. Es gibt ja sogar Eltern. Habe Barbie geschaut im Fernsehen, Yassin. Hahaha, fühle ich. Sailor Moon, Digger. Der banale Vergleich vom Cowboy-Vergleiden zu Geschlechtsentität ist ein sehr unterschiedlicher Bereich. Dann gehen wir jetzt nur auf diesen einen, wo die... Und gehen wir mal darauf hin, okay? Zu dem Kindergarten, äh, zu der Veranstaltung. Im Prinzip geht es nur darum, da geht keiner rein und die Drag Queens erzählen nicht von ihren sexuellen Vorlieben. Die heißt Beklit. Ja? Die wird auch so vorgestellt als Beklit. Weißt du, was Klit bedeutet? Beklit. Weißt du, was Beklit bedeutet? Ein Kind denkt ja nicht nach, was ist eine Klit. Okay, genau so. Es geht ins Unterbewusstsein rein. Hier noch die Pappboys oder Pädophile tatsächlich, die sagen, ein Kind weiß gar nicht, was Sexualität ist, beziehungsweise spürt das gar nicht so schlimm. Also du stellst es jetzt mit Pädophilien gleich. Ich vergleiche. Nein. Darf ich vergleichen? Nein. Warum nicht? Der, 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 der Vergleich ist total daneben, weil... Pädophile sagen genau dasselbe, dass Kinder dafür kein Gespür hätten und deswegen wäre es gar nicht so schlimm. Jetzt geht's rund hier, Alter. Dass man es gar nicht so schlimm auffassen würde. Weißt du, wie die Nazis, ähm, gerechtfertigt haben, dass Schwule in den Kapitel... Willst du mich grad mit nem Nazi vergleichen? Willst du mich grad mit nem Nazi... Sag mir was erklären. Du willst jetzt was vergleichen, oder? Dann darf ich doch auch vergleichen. Ganz kurz, ich will nur, ich will dir was erklären, ein historischer Vergleich. Ah, du darfst vergleichen? Nee, das darfst du nicht vergleichen, sorry, nein. So hast du... Wie reagiert, das geht doch nicht. Lass mich mal gucken. Und dann kommen halt so Sachen raus, wie zum Beispiel mit diesem, mit diesem komischen Raum, wo Kinder sich selbst anfassen sollen und so. Und dann auch mit dieser Kita, die in Berlin aufgezogen wurde, wo jemand im Vorstand war, der schon, der schon irgendwelche pädophilen Geschichten in seiner Akte drin hat. So weißt du, wie ich meine? Es ist einfach so, dass sich da einfach Leute reinschmuggeln werden, die Bock darauf, die Bock auf Kinder haben. So. Und das, davor muss man auch schützen, Digga. Deswegen generell Kinder nicht früh sexualisieren. Fertig, aus. So. Das ist traurig, dass wir da nicht alle an einem Strang ziehen. Egal, ob du trans bist, homo, egal was du bist. Mensch ist Mensch. Kinder müssen beschützt werden. Fertig, aus. Ausreden. Der Vergleich hinkt. Du darfst vergleichen, aber der Vergleich hinkt. Was ich gerade sagen wollte, die Nazis haben Pädophilie mit Homosexualität gleichgestellt. Und deswegen haben die Nazis eine Rechtfertigung gehabt, Schwule in den KZs umzubringen. Und deswegen dieser Homosexualität ist nicht das gleiche wie Pädophilie. Wann habe ich das gesagt? Du hast gesagt, ja, aber das ist ja das gleiche, was die... Das gleiche Argument. Genauso wie du gerade dasselbe Argument für die Nazis wie mir reinbringen willst. Das ist einfach ein Vergleich. Aber nichtsdestotrotz, bei allem so, dass wir vielleicht nicht mit dem Herrn hier einhergehen und so, finde ich es trotzdem gut, dass die da stehen und miteinander reden, Digi. Weil das ist genau das, was wir brauchen. So. Wenigstens schreit er nicht so blöd rum wie diese eine, die da war mit dem Schild und versucht ihn nur so aus der Demo rauszuschicken und diese ganzen Geschichten. Wenigstens stehen die beiden da und reden miteinander und tauschen Argumente aus. Wer weiß, bei wem das im Nachhinein irgendwas bewirkt. Vielleicht bei den beiden, vielleicht bei Leuten, die zuschauen. Weißt du, das ist eine gute Sache, dass Leute, Menschen miteinander reden, die eine andere Meinung haben. Und das sollte auch mehr passieren in der Gesellschaft, finde ich. Weil so wird es am Ende dann sein, dass wir uns dann besser miteinander verstehen und dass wir es zulassen auch, dass jemand anders eine andere Meinung hat und dass wir uns trotzdem alle einer Menschheitsfamilie am Ende des Tages zugehörig machen. Weißt du, wie ich meine? Das ist schön, Digga. Das ist schön. Oh shit, live it in, man. Nein, Alter, was geht ab? Wie geht's dir? Alles gut? Wenn wir jetzt bei dem speziellen Punkt Pappplay bleiben, dann stelle ich dir die zweite Frage. Hoffentlich beantwortest du die im Vergleich zu der mit, ab wann sollte Lisa Hormonblocker nehmen? Ab wann darf sie das ohne der Entscheidung der Eltern machen? Nochmal ganz kurz, für dich einfach deine Meinung. Ich muss trotzdem noch zu deinem kurzen Vergleich. Er sagt es einfach nicht. Ich springe, weil er hinkt mit den Pappboys. Kannst du ein Alter sagen, ab wann ein Mädchen das Recht haben soll? Dafür bist du doch hier. Das Recht haben soll, ihre Geschlechtsumwandlung durchzuführen, Hormonblocker zu nehmen und sich die Brüste zu rapportieren. Ab welchem Alter? Ist doch nicht schlimm, Bruder, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, Alter. Das ist, wenn du jetzt sagst, ich finde auch, dass es erst ab 18 sein. Das kann doch nicht sein, dass er jetzt das nicht sagen will, nur weil er weiß, dass das eigentlich dem Leo seine Meinung ist. Weißt du, wie ich meine? Ist doch nicht cool, Bro. Das kann man doch zugeben, Digi. Ist doch nicht schlimm. Wie viel seid ihr heute hier, für diese Frage? Jetzt geht es nur um meine persönliche Meinung. Okay, danke. 14 ist okay mit Hormonblockern, aber Brüste werden nicht operiert. Warum nicht? Nein, ganz kurz, werden nicht unter 18, generell nicht. Und zweitens, was auch wieder so. Hormonblocker ist okay mit 14. Hör doch auf. Das Argument von der Querdenkenseite ist, die werden quasi manipuliert, dass die Kinder das auch machen und dann gehen die einfach zu einem Arzt und der macht es. Du brauchst mehrere psychologische Untersuchungen, um das überhaupt zu machen. Die Regelung sieht vor, dass ein Kind ab dem vollendeten 14. Lebensjahr mit Genehmigung des Familiengerichts in einen operativen Eingriff an seinen inneren oder äußeren Geschlechtsmerkmalen. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die im Gesetzbuch stehen. Zu einer Änderung seines angeborenen biologischen Geschlechts führt, einwilligen. Und gerade passieren ganz viele Sachen, die uns langfristig noch einholen werden. Sage ich euch so, wie es ist. Langfristig gesehen tut es der Menschheit und der Zivilisation nicht gut, was gerade in der Welt abgeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habe ich da irgendwas von Eltern ein Verständnis gehört? In dem Satz jetzt nicht. Nagelt mich jetzt bitte nicht fest, aber die Frage, die ich mir stelle, immerhin überlegt die Berliner SPD, ob Kinder nicht schon mit sieben offiziell entscheiden können sollen, welches Geschlecht fortan im Ausweich steht. Ach, Digga, Mann, Digga, was ist das? Das muss man doch erkennen, Digga, dass das keine gute Entwicklung ist, dass das keine gute Sache ist, bruv. Fragen wir dazu doch mal Dr. Seuch. Vielleicht hat er ja eine klare Position und kann uns diesen Irrsinn erklären. Herr Seuch, ich komme gerade mitten aus einer Unterhaltung. Wer ist der Typ eigentlich? Der war schon mal in dem Video dabei, ne? Das ist ein Prank. So. Der macht einen auf, aber ist nicht, ne? Nichts anderem darum, ab wann sich Kinder unters Messer legen dürfen. Thema Brüste abapportieren lassen, wenn sich klein Lisa jetzt als Junge fühlt. Ab wann sollte denn das möglich sein? Das sollte eigentlich sofort möglich sein. Also ein Mensch ist ein Mensch, heißt eigentlich, er ist auch voll zurechnungsfähig und zwar ab dem ersten Moment, in dem er da ist. Satire, ne? Und da kann ich an der Stelle auch nur einmal dafür werben, dass man da nicht falsche Versprechungen abgibt und den Leuten sagt, sie gehen diesen Schritt und dann geht es nicht mehr zurück. Mann zu Frau, zu Mann, zu Frau, zu Mann. Das ist immer wieder möglich. Ich hatte zwischendurch an eine Dame eine Frage. Ich hoffe, es war eine Dame. Der Körper ist doch nicht richtig entwickelt mit 14. Das sollte man erst als Erwachsener machen. Safe. Das Fallbeispiel, ich bin jetzt ein Mann und habe eine Ehefrau. Und meine Ehefrau identifiziert sich jetzt aber schon seit einem Jahr als Mann, hat mir aber nichts davon gesagt. Bin ich jetzt homosexuell? Nein, Sie sind, das ist, Sie denken da in Kategorien. Wenn Sie fluid wären, dann wäre das alles überhaupt kein Problem, ohnehin überhaupt kein Problem. Nein, Sie wären natürlich nicht homosexuell, bis Sie beschließen, dass Sie sein wollen, aber das sollten Sie entsprechend mit Ihrer Partnerks, äh, Partnerks... Ja, Liv, sehe ich genauso. Darüber sprechen. Da war sie mal wieder. Die Stimme der Vernunft. Danke an Dr. Seuch für dieses wie immer erleuchtende Gespräch. Doch jetzt war es an der Zeit, mal mit dem Gegenprotest zu sprechen. Also mit den Menschen, die an diesem Tag gegen die Genderagenda auf der Straße... Oh shit, man. Die rechten Verschwörungstheoretiker, wahr? ...doch anscheinend war ich nicht der Einzige, der auf diese Idee kam. Wobei, ich glaube, Gesprächsbereitschaft sieht anders aus, aber seht selbst. Könnt ihr mir vorstellen, dass hier gerade einer von der Gegendemonstration langgelaufen ist und es dann zu Tumulten gekommen ist? Oh shit, was geht's? Jetzt geht's wieder los. Eine Sekunde da rauffilmen, bitte. Da geht noch weiter. Siehst du, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Diese Themen sorgen dafür, dass Menschen sich spalten und dass mehr Gewalt in der Gesellschaft, innerhalb der Gesellschaft stattfindet. Nur weil man eine andere Ideologie hat oder anders denkt, Digga. Und das ist einfach nicht positiv, das ist nichts Gutes. Und das sollte jeder verstehen, weißt du? Das sollte man doch sehen. Und man sollte wieder anfangen, miteinander zu reden. Das hat ja mit Corona auch schon, ging ja bei Corona auch schon so weit. Dass Leute sich aggressiv auseinandergesetzt haben, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Und das geht einfach nicht. Ist einfach so. Oh, Digga. Krasses Video, Digi. Das war mal wieder, das war, ey, das war, ey, boah. Ja, das war's gewesen mit der Reaction auf das Video, mein Lieben, Freunde. Ich küsse euer Herz. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare auf YouTube. Liebe geht raus von der ganzen Community. Ich liebe euch. Bleibt so, wie ihr seid. Lasst euch nicht spalten. Akzeptiert es, wenn Menschen eine andere Meinung, eine andere Gesinnung, eine andere Hautfarbe, eine andere Religion haben. Ist egal, am Ende sind wir alle Menschen. So. Wir sollten miteinander reden und uns gegenseitig akzeptieren und respektieren. Wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Liebe geht raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Das war's mal wieder. Mit dem Ketzer der New Zeit, na man. New Zeit in den Mann, Alter. Gib mir die New Zeit-i-Vibes, Bro. New Zeit-i. Ich brauch wieder den Ball kurz. Då geht's.